Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Part 4 mit eurem Gastgeber Play Minecraft Go! So, wir sind nun in Part 4 und betreten die Welt. So, inzwischen habe ich zum Glück auch das Tonproblem behoben, äh, soweit ich mich erinnere, behoben. Ja, das hört sich doch schon wieder normal an. So, wir waren Anfang des Tages, wenn ich mich nicht irre, und ich würde sagen, gehen wir mal hier rein und schnappen uns dann noch eine weitere, nicht, ach, jetzt habe ich eine Spitzer gemacht. So, ich wollte doch eigentlich eine Axt. So, und das ist richtig. So, tun die Holzschaufel da rein und gehen dann ein bisschen Holz farmen. Ah, die Bäume da sehen auch vernünftig aus. Denn, wie man hier in unserem Hotel sieht, uh, dann springen hier Küper um, dann hat man das gesehen, sehr schön, oah, naja, gut, okay. Okay, außerdem, wir müssen dringend, da, 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 nochmal rein, denn ich habe was vergessen. Da, die, da, so. Und zwar machen wir uns jetzt ein Schwertchen und dann heißt es Essen fassen. Denn wie man unten sieht, wir haben nur noch einen Essensbalken und wenn der leer ist, werden wir sterben. Sterben, naja, okay, wir kommen zwar nur auf maximal fünf Herzen runter, aber das wäre ein halbes Herz weniger. Und da kommt noch ein Küper, lass mich in Ruhe. Böser Küper, geh weg. Wir haben dir nichts getan, du tust uns nichts. Einverstanden? Gut. Yeah, Chicken, Chicken, Chicken kann man braten, gefällt mir. Chicken tot. Chicken tot. Ja, ich habe das Gefühl, die sind auch inzwischen leichter wieder zu treffen. Chicken tot. Äh, da, da ist noch ein Chicken, noch ein Chicken, töten wir, Chicken, chicken tot. Ja, okay. Naja, gut. Naja, ist mir zu hoch. Warum sind in diesem Scheiß-Nadelwilder eigentlich die Bäume so sau hoch? Naja, okay. Kann ich auch nichts erinnern. Ja, gut, von mir aus creepy. Tsch, tsch, tsch. Uff, uncool. Okay. Verdammt. Äh, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich gerade gelandet bin. Ich glaube... Ja, okay, ich bin rausgeflogen. Sorry, Leute. Wieder rein. Und ich meine, wir waren tot. Ja, wir waren tot. Scheiße. Okay, ich schnelle die Sachen wiederholen. Da, da, da. Das war doch mal ein Fail. Ja, die Creeper haben wir uns heute irgendwie nicht besonders gerne. Und dann können wir alles wieder in unserem Inventar neu ordnen. Juhu, macht das Spaß. So, da ist ein Loch, da müssen wir sein. Ja. So, ich sammle mal fix alles auf. Zack, 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 zack. Gut, jetzt haben wir das Essen umsonst gesammelt, denn jetzt haben wir wieder... Dingsen. Naja, okay. Äh, da, das noch. Und dann mache ich kurz hier einen Cut und wir sehen uns, wenn ich das Inventar neu geordnet habe. So, Inventar erfolgreich neu geordnet und wir können wieder weitermachen. Ja, Creeper sind schon scheiß Mistviecher. Seht ihr? Ja, ich stehe Kohle, gefällt mir. Die holen wir uns doch gleich mal. Wenn wir die schon sehen, ne? Digga, was geht, alles okay. Wir wollen euch springen sehen. So, okay. Kohle abgebaut. Jetzt fällen wir die Bäume schon. Ne? So. Da haben wir wieder so einen Kackbaum. Aber da ist ein schöner Baum. Gehen wir zu dem schönen Baum. Ich korrigiere, das ist doch ein schöner Baum. Das ist auch, der ist ja noch schlimmer als diese scheiß Nadelbäume. Aber wir haben irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie nur noch diese Kack-Nadelbäume gibt. Naja gut, da müssen halt eben die Nadelbäume dran glauben. Ja, ich sehe, ich wusste es. Ich es hasse. Das ist doch pure Werkzeugkillerei. Wir können uns natürlich auch in ein schöner entlegenes Waldstück begeben. Allerdings müssten wir dann alles hier lassen und so weiter und so fort. Ne. Lieber nicht. Was wir aber machen können, ist, indem wir uns mit einem kleinen Gang in eine Richtung bauen und versuchen, so etwas zu finden. Ja, das klingt nach einer akzeptabenden Option. Die ich, nachdem ich so einen Baum noch gefällt habe, auch direkt in die Tat umsetzen werde. Na. So. Denn immer wieder diese verkackten scheiß Nadelbäume abzuholzen, macht auf Dauer leider keinen Spaß. Aua. Ich wusste, das war zu hoch. Egal. Zack. So. Was war ich jetzt nochmal? Genau. Das Glas rausnehmen zum einen. Ein bisschen Sand behalten wir auch noch. Und ich mache mir jetzt endgültig mal eine Truhe, denn langsam fackt's. Holz haben wir jetzt inzwischen genug, zum Glück. Zack, 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 zack. Dank sei, äh, es sei gedankt den Truhen. Ha. So. Lass mir ein ganzer Cobblestone da reinknallen. Das rote Fleisch. Erd auch. Federn. Setzlinge. Blumen. Essen wir erstmal mal da. Das kann rein. Eier können rein. Ah, den können wir noch gebrauchen. Glas, Kohle lassen wir hier. Und das kann rein. So, sehr gut. So, ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch mit einigen Fackeln gestärkt, hier mal dran vorbeigehen werden. Wir können damit eine Fackel nur setzen und dann anfangen, uns einen Weg zu bauen. Juhu, freu. Ja, natürlich. Kaum fangen wir an zu bauen, schon geht die erste Spieltage kaputt. Ja, okay. Okay. Ich glaube, das könnte eine recht langweilige Folge werden. Und wisst ihr was, da bin ich mir sogar leider ziemlich sicher. Zacken, zacken. Oh, endlich der Stein. Naja, was heißt endlich? Hat der nicht wirklich lang gedauert. Zum Glück. Oh, ich höre Spinnen. Das heißt, ich höre Höhlen. Yeah. Und ich höre Kohle. Na gut, okay. Ich höre nicht, aber ich sehe. Ja, so können wir auch direkt ein bisschen Mineralien finden. Finde ich hier auch ganz nice. Also so umsonst ist der Tunnelbau dann ja anscheinend doch nicht. Äh, nein. Ich baue mir hier nicht den Boden unter den Füßen weg. Weil wenn eine Höhle da ist und ich dann irgendwie zu Spinnen und Kuiper reinfalle... Nein, danke. Da kann ich gut drauf verzeichnen. Und ich glaube hier auch. Denn einmal sterben in der Folge reicht. So. Jetzt noch das. Sehr gut. Okay. Äh, ich würde sagen... Jetzt mal so, so und so. Ja, gut. Kommt du wenigstens wieder her. Und noch mal in den Wurbel. So, dann haben wir den Quatsch auch direkt wieder los. Oh, schon erschrocken. Ich dachte, da wäre jetzt schon Abgrund zur Höhle. Macht sowas niemals. Und hier werde, beziehungsweise würde ich dann auch, sofern wir genug Eisen haben, auch direkt mal... Was heißt direkt mal, würde ich dann auch irgendwann eine Eisenbahnschiene lang bauen. Ja, das würde ich. So nett bin ich. Ich baue jetzt einfach mal hier so lang, bis wir keine, sagen schnell, keine Fackeln mehr haben. Und dementsprechend den Bau erst mal als beenden müssen, in Anführungsstrichen. Willst du mal ein bisschen noch zwei haben, dann versuche ich mich mal hochzugraben. Mal schauen, ob ich das mit den zwei letzten überlebenden Fackeln dann noch schaffen werde. Ohne absolut in der Dunkelheit die Orientierung zu verlieren. Da, die da. Wo ist das mit doch über drei? Ich möchte ja ganz gerne oben ankommen. So, letztes Ding. Und dann setzen wir hier an die Seite, da, die Fackeln. Und fangen dann mal an, uns hier hochzubauen. Haben auch nur noch eine Spitzhacke. Und dementsprechend wäre für mehr eh nicht drin. So, hoffen wir einfach mal, dass wir da dann schon mal ein bisschen weiterkommen. Ja, ihr habt wahrscheinlich gerade genauso viel gesehen wie ich. Habe ich gar nichts. Okay, wir sehen Kohle. Machen wir einfach den hier. Ich möchte jetzt nicht oben ankommen. Und da wir inzwischen sowieso mehr als genug Kohle haben. Zeig mal, ist einfach nur nochmal ein Stack. Ja. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich so oft in mein Inventar gucke. Aber egal. Oh, das ist die Erde. Und wenn ich Erde sehe, weiß ich, dass wir nicht weit von der Oberfläche entfernt sind. In der Regel. Hoffe ich mal zumindest. So. Da haben wir noch Kohle. Da nicht mehr. Und da haben wir noch Kohle. Okay. Da. Okay, wir sind schon akzeptabel weit gekommen. Wir haben den Berg überquert. Oder durchquert unterirdisch gesehen. Und da haben wir die Fackel wieder mit. Und gehen mit der Gewissheit, dass wir schon ein gutes Stück vorangekommen sind, wieder nach unten. Zack, 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 zack. Und, ja gut, ich wusste doch, dass es eine gute Idee war, unser Glas noch mitzunehmen. Zack, 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 zack. Da auch noch Fackeln. Und passt. Haben wir hier immer einen Lüschtausblick. Zack, zack, zack. Muss ja nicht besonders schön sein. Wir kommen ja nur ab und zu mal hoch. So, und den Gang zurück. Ne, alles hier schön gleichmäßig. Eigentlichenmaßen zumindest. Da, die, da, die, da. So. Also, jetzt tun wir noch kurz die Erde zu Erde. Und noch zwei Stacks Cobblestone rein. Ähm, ba, ba, die eine Fackel. Und ich würde sagen, damit möchte ich kurz ein, das möchte ich jetzt immer am Ende des Parts machen. Da nehme ich mir jetzt immer eine Minute für. Kurz zusammenfassen, was wir heute alles geschafft haben, was wir alles gefehlt haben. Also, wir sind einmal gestorben. Wir sind, ähm, wir haben angefangen, unseren Tunnel zu bauen. Wir werden noch, äh, weiter die Mine ausbauen. Und, ähm, im nächsten Part werden wir dann hoffentlich den Creepern eine Falle stellen und sie töten. Nein, Spaß. Das machen wir auch zwar irgendwann, aber nicht im nächsten Part. So, damit möchte ich mich nun erstmal von euch verabschieden. Das war Part 4. Wir sehen uns in Part 5 wieder, der in ein bis zwei Tagen kommt. Äh, wir haben heute, wenn ich mich nicht irre, den 31. Ja klar, Silvester, ne. Dementsprechend möchte ich euch außerdem noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr wünschen. Fallt nicht auf die Fresse. Habt Spaß. Feiert schön. Sauft nicht zu viel. Und wir sehen uns dann in Part 5 wieder. Schöne Grüße. Euer PlayMinecraftGo. Ciao. Ciao.